Hallo liebe Gesine, zuerst ein großer Kuss, große Unarme. Weil du hast eine neue Unlaufbahnrunde und die Sonne abgeschlossen, ich sage frohe Neujahr. Und du weißt, ich glaube auch die Geburtstagfeier muss für einen ganzen Monat sein. So, zuerst ist der Tag, heute ist der Tag des Gesines Monat. Und ich hoffe, du kannst das auch aufhören. Ich hoffe, dass ihr das Video auch aufhören könnt. So, von der City of Boston, zu Berlin, oder wo du heute bist, ich sende mein bestes Wunsch, mein bestes Alles für dich. Und ich hoffe, dass ihr die beste Zeit habt. So, in einfachen Worten, alles Gute zum Geburtstag und frohe Gesines Monat. So, Prost, okay, Cheers, alright. Und immer immer schlecht Deutsch, Vorsitzung folgt, das soll bedeutet, to be continued. Tschüss.